Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei der ETA-Vorbereitung, yay. Juhu, dabadibidi, dabadabadidi, dabadabadidi, dabadabadi, ich hab die hier auf Folgen noch gar nicht hochgeladen, das muss ich gleich machen. Mir die noch rechtzeitig kommen. Herzinfarkt. Heartinfekt. Was? Heartinfekt? Ich, ich hab keine Ahnung. Ich war grad so geflasht. Von dem Heartinfekt? Ja, von dem harten Infekt. Ist echt so. Wenn schon Infekt, dann aber hart. Ja. Okay. Ich baue noch ein bisschen Quarz ab. Quarz ab. Quarz ab. Schupt, wieder abadibidi. So, dann spring ich hier nochmal runter und katz hoffentlich ab. Oh, schade. Oh, Eisenspitze, Hacke, Effizienz 2. Naja. Wir haben ja keinen Diamanten mehr, weil Phipps so uncool ist. Was willst du eigentlich? Was? Wir hatten nur zwei. Ich weiß. Sag ja schon mal ein bisschen. Der will immer wieder Stress, Alter. Ich, ich find dich voll cool, Phipps. Ja, will ich auch hoffen. Will ich auch hoffen. Ich, ich find dich, ich, ich, knorkel, weißt du? Ja, knorkel. Knorkel. Aber verstehe das bitte nicht falsch. Ich find dich einfach alles. Aber knorkel. Knorkel hört sich irgendwie wie Knorr für mich an. Dann denke ich immer an Essen. Ja, ich find dich echt essen. Ich find dich echt voll essen, Mann. Alter. Du hast echt voll die, voll die Komplexe scheint mir. Nein. Haben wir noch ein Buch zu Hause? Kann das sein? Oh, ich hasse dieses Lied, ne? Blaue Herzen fliegen. Ich würd gern mal nach Hawaii. Echt? Ich hab gedacht, du magst das Lied nicht. Da läuft das tagtäglich. Ist mir schalt. Ja, ist klar, ne? Ne Milliarde aufrufen hat. Genau. Nein, aber der Tim wirklich richtig. Ne, ich würd einfach mal so mal gern nachher, weil's geil ist. Weil wir so schön... Das würd ich da singen. Ich würd mir so ein Fastkröckchen einziehen und da den, ja. Das wär extrem geil. Irgendwie schon. Das mach ich jetzt eine Million Abonnenten-Special. Weißt du Bescheid? Eine Million. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erstmal schön weit weg. Du musst dir eh noch freuen. Total realistisch. Bei 100 Abonnenten musst du diesen... Na, ja. Genau, du weißt es. Ich weiß Bescheid. Du weißt es. Komm her, du scheiß Fiech. Oh, meine Träne. Und die ist direkt ins Feuer gefallen. Ich sehe die noch so ganz knapp ins feuer fallen man und das konnte dieses mit dem hat er bei mir noch nie gemacht bist ja auch nicht cool naja ich kenne mein schon länger als du ich kenne dich schon länger als er oder auch nicht doch das kann sogar wirklich sein okay ich fühle mich gerade ein bisschen cool ich bin mir gerade gar nicht sicher ich bin mir aber nicht ganz sicher ich bin ja nicht so sicher erst mal jetzt war Karte Quartz Blöcke also so viel Quartz schon und 27 Blöcke habe ich jetzt und ich bin jetzt level 21 das nicht kann haben wenn wir ein Buch sexy lebt der 50 57 aber keine Bücher mehr die habe ich gerade gefragt er zeigt den Blöcke im Buch sexy lebt der weil wir so schön sind so schlau sind so rank und schlang werden wir bis fachiiiikiii und schau weiter zu der left und schau weiter zu der right und dann vergatet Willi vor der es war Willi es war Willi es war unter Soho teilweise Soho keine Ahnung ich musste das echt mal wieder angucken Soho Traumschrift Surprise war eines der geilsten Filme das kommt einem hin ja red weiter Traumschrift Surprise war eines der geilsten Filme die ich je gesehen habe die haben meine Kindheit nachhaltig geprägt man ich weiß als ich das erste mal den damals gesehen habe habe ich gedacht scheiße das ist witzig das hat meine Kindheit einfach nachhaltig geprägt diese ich nehme mal deinen Quarz wenn das das aus den Küsten ist und dann baue ich gleich mal was schönes ich habe gleich nochmal was für dich für ein Witz du hast was für mich hast du ein Geschenk so ziemlich dann würde ich es nicht haben toll ich muss mich jetzt wieder zurückfinden ich glaube ich habe mich verlaufen du hast dich verlaufen 11.25 schon wieder meine Güte wie macht man denn nochmal Bücher mit Leder und Papier ach scheiße ich brauche hier noch Leder haben wir noch Leder Leder bitte vergiss mich nicht Leder ja so ist es so ja so macht man Bücher so ich habe sieben hast du hast du hab ich hast du schön gemalt hab ich hab ich hab ich hab ich was habe ich Bücher Leder was für Bücher jetzt habe ich keine mehr du solltest doch Bücher machen ich habe keine Bücher warum denn nicht Power 1 hast du einen Bogen ich kann mir einen machen ich kriege nur Protection und so wir brauchen echt wir brauchen echt äh nur noch ein Bücherregal Aua ich stelle mir noch ein Bücherregal dazu hast du leider noch ein Buch hast du leider noch ein Buch hast du leider noch ein Buch dann hast du leider noch ein Buch ja ich kann es gleich mit Level ne ja 30 können wir ja nicht über naja theoretisch könnte ich es mit Level 30 gleich verzaukeln wir haben schon so viele unnütze Bücher Mensch das das hier wird nicht das hier wird nicht das hier wird nicht der der ne ne ich muss mich erstmal hier aus dem Neter rausfinden und hier lag der Neter noch nicht mal alter zwölf zwölf ah die Hand ist eingeschlagen zwölf zwölf das nächste ist glaube ich zwölf was wir jetzt verzaubern können ne zwölf hatten wir eben schon ich konnte eben nur bis zwölf ja jetzt äh also jetzt dürfen wir da bis 15 oder so verzaubern können äh 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 ich glaube die Folge ist viel zu lang nö ist er nicht doch das habe ich im Urin das habe ich im Urin ja genau das wollte ich gerade sagen hab's aber nicht getan wo mach die Kuh ja ja ich hab gedacht die macht mäh ne da ist was von mäh also da war ja meine Kindheit für den Arsch das war sie sowieso das war sie grundsätzlich sowieso ich weiß ja nicht was du in deiner Kindheit angestellt hast aber wenn du noch nicht mal solche Sachen wie äh da ist die beiden vielen εί northern dä dr 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 Es wird viel zu viel weiter... Stoß! Quatsch. Ich baue hier unten jetzt einen riesen Penis aus Quarz ein. Ich habe gleich noch ein bisschen mehr Quarz für dich, falls das nicht reicht. Du musst dann so ein paar schwarze Wolle-Akzente verteilen, dann weißt du Bescheid so. Wie ist das? Ich habe keine schwarze Wolle. Gut zu wissen. Ich habe wirklich keine schwarze Wolle. Gut zu wissen, sag ich doch. Hast du schwarze Wolle? Nee, grundsätzlich nicht. Wir reden gerade voll aneinander vorbei, Junge. Ich meine gerade wirklich schwarze Wolle. Ja, ich meine was anderes. Ich meine nicht das, was du meinst. Ich habe gerade wirklich schwarze Wolle gemeint. Ich weiß zwar nicht, was du schon wieder gemeint hast, aber... Das ist so gut, so glaube ich. Hoffst du? Äh, willst du... Nein, mir reichen zwei Stacks. Hier, komm her, komm her, komm her! Komm, Stöhr. Wo bist du eigentlich? Da unten? Slash toggle downfall. So, jetzt wollen wir erstmal den Fluss suchen hier. Auf welchen Seite bist du denn da runtergegangen? Hallo? Hallo? Auf der anderen. Auf der anderen wahrscheinlich. Das wirst du auch schon sehen. Unten beim Feld? Nee. Daneben ungefähr. Wenn du von der Treppe runter gehst rechts. Na dann gucken wir doch mal. Wo bist du denn? Da ist ein Baum. Hier ist so ein Hügel, oder? Ich weiß nicht, was du siehst, Alter. Ich glaube, du bist behindert. Ach, da hin? Okay. Ja, da kommt der... Quarzpenis hin. Ist aber ziemlich klein. Nein, man, man. Dann baut er noch hier so eine Line ran. Da. Da. Hier. Jetzt muss ich das auch selber abholen. Danke. Weißt du, das Quarz auch noch mitgenommen, was wir schon im Haus hatten? Ja. Das habe ich alles mit. Gut. Ja. Dann, äh, weiß ich nicht. Machen wir den Folgen Ende? Oder? Warte, ich wohne noch was zu tauchen. Das, 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 das mache ich jetzt noch. Hast du noch das Buch? Hast du es dabei oder liegt es oben? Ich habe es dabei. Gib es mir. Schmeiß mal, schmeiß mal runter oder so. Liegt es auch nicht? Ja. Yeah, ein Buch. Ich weiß nicht, ob der vielleicht zu dünn geworden ist. Guck dir ihn mal an. Es kommt nicht auf die Größe an, Phipps. Nein, nicht auf die Länge, also nicht auf... Ist er zu dünn? Er kann nie, er kann nie groß genug sein. Scheiße, Mann. Das war echt, das war echt. Ja, was? Bei mir kommt es noch nicht mehr komisch rüber, wenn ich das sage. Aber es war trotzdem komisch. Ich habe Angst, wenn ich hier runterfalle, dass ich sterbe. Rundfalle? Rundfalle. Wenn ich da rundfalle? Wie kann man denn rundfallen? Das ist einfach eine Rolle währenddessen machen. Ah ja, dies, das. So ein Free Sixteenoscope. Level 14. Geht auch noch mehr. Free Sixteenoscope. Das ist doch das geilste, was ich je von dir gelernt habe irgendwie. Ein Free Sixteenoscope. Das ist echt so. Na komm schon. Ich habe Angst, dass es wie ein Pilz aussieht. Dann ist sowas falsch gemacht. Und jetzt will ich sterben. Das gefällt mir. Nein. Oh Gott. Ich glaube, das Bücherregal hinten in der Ecke zählt nicht. Ich weiß. Das habe ich dir damals auch schon gesagt, aber nein. Dann baue ich das doch jetzt mal um. Pass mal auf vier. Scheiße. Ich muss in einer Stunde schon losfahren. Ja, wer soll den Stecknusschuss machen? Ja, um halb sechs. Oh. Wir haben es jetzt halb fünf. Oh. Mit diesen Fuck Verzauberung, man. Zwei Stunden fast gespielt. Loll. Richtig süchtig sind wir. Wir sollten... Warum kann ich dann den Block nicht hinsetzen? Und ihn mich verarschen? Ne, jetzt elf. Haltbarkeit eins. Nein, ja. Nein, ja. So. Die haben wir schon. Das kann man nicht nochmal verzaubern. So, dann hat die jetzt Effizienz zwei und Haltbarkeit eins. Naja. Fuck. Gute Leute, dann machen wir... No. No. Wo bist du runtergefallen? Vom Penis. Ja, Penis sieht extrem erotisch aus. Ja, der ist noch nicht fertig. Du hast da oben so eine Lavaquelle drauf. Wenn du mir die Lava besorgst, ja. Hm. Oh Gott. Oder Wasser. Wir nehmen Wasser. Stehst du drauf, ne? Ich habe gerade meine Sachen eingesetzt. Leck mir die Eier, Creeper. Naja. Ähm. Ähm. Äh. Bist du soweit oder können wir... Bis zum nächsten Mal. Bist du... Nein. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ich lass den erst mal so hier stehen. Tschüss. Ja genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.